Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute soll es uns um eine der beliebtesten Gemüsepflanzen der heimischen Gärten gehen, der Tomate. Die rote Früchte sind extrem vielseitig bei der Verwendung und können beim Kochen ebenso wie roh leckere Mahlzeiten ergänzen. Daher wird die Pflanze gerne angebaut, wobei sie wenig Platz benötigt. Warum du deine Tomaten dabei ruhig einmal schütteln solltest, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! In den letzten Jahren ist es mehr und mehr üblich geworden, auf den Balkonen kleine Gemüsepflanzen zu ziehen, wofür sich die Tomaten hervorragend eignet, da sie im Kübel sehr gut gedeiht und nicht viel Platz in Anspruch nimmt. Schließlich wächst sie in die Höhe und ein Strick oder ein Tomatenstab können auf den Balkonen angebracht werden. Selbst auf Terrassen sind Tomaten beliebte Kübelpflanzen, die sogar noch mit ihren tiefgrünen Blättern und roten Früchten sehr dekorativ sind. Im Zusammenspiel mit Blumen und anderen Ziergewächsen ist die Tomatenpflanze ein Hingucker an Eingängen, auf Terrassen oder in anderen Bereichen, die mit Kübelpflanzen dekoriert sind. Die Tomatenpflanze wächst am Anfang des Sommers recht schnell. Die gelben Blüten werden in ganzen Büscheln an der Pflanze auftauchen, wenn sie einen sonnigen, aber nicht von oben nassen Standort bekommt. Sie bestäuben sich von ganz allein. Nein, du brauchst dafür nichts weiter tun, als deine Pflanze einen weiteren geeigneten Standort geben. Hummeln, Bienen oder sogar der Wind erledigen das für dich. Doch all das ist in Gewächshäusern, Wintergärten oder auch an geschützten Stellen wenig bzw. gar nicht möglich. Durch das immer größer werdende Problem des Insektensterbens wird die Bestäubung überdies nicht mehr so umfangreich klappen, wie das noch vor jenigen Jahren der Fall war. Hier kannst du aber mit einem ganz einfachen Trick nachhelfen. Du schüttelst deine Tomatenpflanze. Bekannt ist, dass man manuell eine Bestäubung mit einem Pinsel erledigen kann, um den Blütenstaub zu verteilen. Aber so schwierig musst du es bei deinen Tomaten gar nicht machen. Wenn du die Pflanze kurz schüttelst, imitierst du die Vibration, die durch den Besuch der Hummeln oder Luftbewegung des Windes entstehen. Dafür brauchst du nur den Stängel der blühenden Tomatenpflanze mit den Fingern anfassen und ihn ganz leicht hin und her schütteln. So lösen sich die Pollen von den Blütenspitzen und verteilen sich auf diesem Weg ganz einfach auf der Narbe und die Blüte wird bestäubt. Wenn du diesen Vorgang alle paar Tage wiederholst, wirst du einen spürbaren höheren Ertrag haben. Übrigens, die Luftfeuchtigkeit liegt dafür idealerweise zwischen 50 und 80%. Vielleicht kannst du dies im Gewächshaus entsprechend herbeiführen oder am Freien einen entsprechenden Tag abpassen. Denn liegt sie darunter, ist die Keimfähigkeit der Pollen herabgesetzt. Liegt sie darüber, verklumpen die Pollen und können sich nicht verteilen. Zwar hat nicht jeder zu Hause eine Wetterstation, die die Luftfeuchtigkeit angibt, aber wenn du einen nicht zu heißen, aber auch nicht übermäßigen nassen Tag wählst, wird es funktionieren. Damit das Bestäuben mit den Insekten besser klappt, kannst du außerdem einiges tun. Beispielsweise im Gewächshaus regelmäßig die Fenster und Türen öffnen, damit die kleinen Insekten einfliegen können oder auch im Freien entsprechende Beipflanzen setzen, die die Bienen anlocken. Das sind beispielsweise Lavendel, Basilikum oder Katzenminte oder auch Duftnesseln. Wie bei allen anderen Pflanzen ist es auch ratsam, einen bunten Mix aus Pflanzen für eine größere Artenvielfalt zu setzen. Das zieht natürlich Insekten in den Garten und sorgt für eine höhe natürliche Bestäubung. Wenn du die ersten Blüten an deiner Tomatenstaude entdeckst, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, bei der Bestäubung nachzuhelfen. Das kannst du so lange machen, wie noch neue Blüten an der Tomate zu sehen sind. Von der Tageszeit her ist die beste Zeit in den späten Morgenstunden, weil die Pollen in den frühen Stunden noch verklebt sind, später am Tag aber die Narbe immer trockener wird und die Pollen nicht so gut daran haften können. Ideal ist die Zeit etwa zwei Tage nach dem Öffnen der Blüte. Weitere Varianten der Bestäubung kannst du in unserem Blogartikel auf www.gartenzeile.de nachlesen. Diesen haben wir dir auch nochmal unter dem Video verlinkt. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.